Warte mal, du hast gesagt, Daniel, Menschensohn, Jesus, hör zu und lerne. Wie wäre ein Mensch gerecht vor Gott? Wie wäre rein da vom Weib geboren? Sieh selber, dein Mund glanz nicht. Die Sterne sind nicht rein in seine Augen. Geschweige, dein Mensch, der Maden, dein Menschensohn, ein Wurm. Dein Jesus ist ein Wurm. Du musst ablehnen, dass... Ja, das sagt er doch auch. Ich bin wie ein Wurm. In Psalm 22 hatten sie. Er bezeichnet sich selber als ein Wurm, der sich ganz klein gemacht hat. Ganz lieblich, das, was du niemals verstehst. Was der Allerwege versteht. Deswegen sagt er... Aber ich habe jetzt einen Lockout. Aber ich bin ein Wurm und keine Mensch, vernachlässigt und verachtet alles an Gemeinden Reptilien. Eine Schande der Menschen und verachtet ich das Gott. Du bist ein Wurm, Amir. Du bist ein Wurm. Wie ist es, wie ist es, wie ist es, Hansi? Ah, 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 ah. Was der Allerwege? Ja. Was der Allerwege? Was der Allerwege? Um, was der Allerwege?